Ja, guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu einem Post-Stream. Ich hoffe, ihr seid wohl auf. Ja, es hat euch gestern gefallen. Also wir hoffen, es hat euch gefallen. Das war jetzt gestern sehr langatmig, 16 Stunden. Das ist der neue Rekord. Und, äh, jo, jetzt geht's weiter. So, ich mach mal mit was langsamen an. Ich fang mit etwas langsamen an. Mit Minecraft. Also das gestern hat sehr schön, ganz schön geschlaucht. So lange werden wir jetzt auch nicht machen, aber wir werden schon noch ein paar schöne Stündchen streamen und so. Konto, Moment, jetzt muss ich erst noch mal gucken. So, da haben wir doch. So, gut, gut, gut. Ist ein netter Stream gewesen, gestern. So. Jo, jo. Kann das Licht dann wenigstens im Flur anbleiben, damit wenigstens etwas Licht reinkommt und ich, äh, zu sehen bin? Du siehst doch alles. Ähm. Du siehst doch, du siehst doch gestern genauso gesehen. Ja. Okay. Mach mal raus. Okay. Ah, ja, sehr gut. Vielleicht nehme ich mir demnächst noch ein kleines Lämpchen mit. Ah, ach so. Ach so, man sieht mich genug. Ja, das ist... Ja. Ah. Alles gut. Äh, Monheim-Baumberg. So. So, hier war ich stehen geblieben. Hier war ich stehen geblieben, ne? Oh, mit dem... Mit dem Glas. Schön, 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 so. Oh. Das ist schlecht. So. So, ein paar Glasscheiben brauche ich noch. Das ist natürlich jetzt kackiges. Das ist natürlich jetzt richtig gacke. Huch. So. Drei. Drei Lava-Eimer. Also. So. Ach ja. Ah, zwei Zuschauer haben wir. Hallo. Hallo. , das ist mir. Das ist mir. Das ist mir. Das ist mir. Ich meine, ich bin, ich bin. So, es ist Nacht draußen. Das mögen wir doch nicht. Das Bett ist so weit weg am Arsch. So, ich sage noch mal rechtzeitig Bescheid. So. Hoch. Blub. So, das sieht doch schon mal gut aus hier. Oh. So. Das ist jetzt sehr eng hier. So, aber wenn ich mir hier jetzt, das stoßen wir fast die Birne. So, das ist jetzt nicht gut. So. So, einmal rum. Nächstes Stockwerk. So, fangen wir jetzt mal so ganz trocken an. So. 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 ja danke so so bauen bauen und auch mal so guck mal das sieht doch schon mal gut aus hier ich sehe wieder von oben dass er irgendwas nicht stimmt mit meinem melonenbeet da sind immer so stellen die sind so trocken dabei habe ich das gut bewässert so oh gott aber da gucke ich jetzt noch mal nach dann gucke ich da jetzt noch mal nach hoch das ist doch schön das sieht jetzt mal ein bisschen komisch aus da mit der strebe dazwischen aber schön ist nicht immer relevant hauptsache es ist heimisch so klein bisschen so zum an einstieg bauen so hmm so vielleicht hole ich noch ein bisschen holz yep so da muss der baum jetzt hier weichen ja so hier unten sind so viele kanickel ja 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 abgezogene tropen holz so so ja und und ja und ja So, guck mal. So, da muss man immer ein bisschen ruscheln. Damit man hier überhaupt hier hin kann. So, hops. Ah, oh Gott. So. So. Kack die Wand an. So, ist manchmal echt hoch hier. Uiuiui. Aua. So. Ein Beet habe ich auch angelegt für dieses schöne Getreide. Schön. So, zack. Wie toll. Wie toll. So, jetzt wird es auch schon wieder dunkel. Das gefällt mir nicht. Ach du Kacke. Äxte. Die Äxte gehen weg wie warme Semmeln. Äh. Die Äxte. Die Eisenexte. Ja gut, das ist natürlich normal, ne? Mhm. Verschleißmaterial halt. Ja. So. So. So, ein bisschen Holz sammeln. So, ein bisschen Holz sammeln. So, ein bisschen Holz sammeln. So, zack, zack. So. Was wollt ihr denn spielen? Warte, noch nichts. Ich muss erst mal kurz was machen, Alko. Alles klar. Dann gucken wir gleich. Mach nur erst mal dein Minecraft. Alles klärchen. So. Und zack, zack. Und zack. Und zack. Und zack. Zack, zack. Zack. Zack am Sack. So. Sehr schön, sehr schön. Und zack. Kinder, Kinder, Kinder ist das schön. Kinder, 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 Kinder. Kinder, 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 Kinder. Kinder, 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 Kinder Ach, schon wieder. Schon wieder Nacht. Das geht sehr schnell jetzt. So, jetzt muss ich erst mal was gucken hier. Okay, also jetzt seid ihr los. Jo. Ich wollte jetzt eigentlich nur erstmal wissen, wie das in den Einkaufslaufs was alles gewohnt hat. Ja, gut. Jo. Das war die Überleitung, was wir da spielen. Direkt. Schatz-Energy? Ja. Welchen denn? Ja, ja, du? Ja. So. Ja. 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 Das ist doch echt gemein jetzt hier. Ja. 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 15, so, fertig. Huch, scheiße. Okay, das sieht nicht gut aus. Das ist doch echt zum Kotzen. So. Okay. 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 So, das ist mein Beat. Oh, guck mal, sind schon beide nachgewachsen, die Bäume. Das war die Frage, ob du gerade in diesem Wasch verfasst hast und das genau in alle Kippen lesest. Das war die Frage, ob du gerade in diesem Wasch verfasst hast. So, zack. So, schöne Sache. So, sehr schön, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön ist das. Eiland, deine Berge. Junge, Junge, Junge. Ja. 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 Doch, da habe ich, wo der ist. Ist das, glaube ich. Ja. 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 So. Sehr schön, sehr schön. Ah, sehr gut. So. 14 Stunden. Also 16 Stunden. Uiuiui. Nein, ich weiß nicht, wo das kommt, aber ich glaube, ich glaube, das war das von mein eigentliches Träger losvergessen. Die wirklich super war, das war so, wo quasi diese Hände eingearbeitet waren. Das war eigentlich sehr wichtig, das zu machen. Uiuiui. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön. So, da ist wieder ein schöner Bäumele. Ein schönes Bäumele. Ich weiß nicht, welche Größe das war. Sonst müsstest du mal in meine Schublade gehen. Ich glaube, ich darf nicht da hochfahren. Ich glaube, Jenny hat ein kleines. Also einfach viel Blödsinn. Aua. Also die kleinen Blödsinn, nicht klein, weil es wenig ist, sondern klein, weil... Die Kräuter. Die Kräuter. Die Kräuter. Die Kräuter. Die italienische Kräuter. Die Kräuter. Oh Gott. Was denn? Hallo, liebe Jenny. Ganz liebe Jenny, hallo. Immer, ich bin immer freundlich, weißt du doch. So. Ich find's geil. So, erstmal richtig hinsetzen wieder. Sehr gut. Aber ich muss mal eben noch was hier machen. Oh, da ist ein Zombie. Ganz penetrantes Tier. Ganz penetrantes Tier. So, zack, zack. Und dann stand die Größe noch in der Hand, oder? Danke, es kam eben nicht an. Danke. 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 Aua. Fick doch die Henne. Scheiße. Ach, guck mal an. Oh, es traut sich wieder raus, es lebt doch. Jetzt kommt Ohr, was mit Privatgespräch geplatzt und zack, alle flüchten. So, aua. Ja, ist klar. Ist ein Schaf. Du brauchst den, sag aber ja. So. NBH, 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 NBH. Da muss man. A-Körbchen, bitte. A-Körbchen, bitte. So. Da hab ich die Höhe jetzt. A-Körbchen, bitte. Mach die Musik mal ein bisschen leiser. A-Körbchen, bitte. A-Körbchen, bitte. Ach du Kacke, echt. Wenn er kommt. Ach Gott, ey. Was, wo, wie, was? Oh. Dreckskelett. So. Nein, 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 nein. Channel switch. Hallo. Da ist er, der, 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 der Heiko. Der Bierbauch-Boris ist auch wieder da. Hallo. Jenny, ich würde jetzt zum Wegekreuz... Na, alles gut? ...und dann nach links Richtung Steinkrallengebirge rein, weil dann kehren wir auf den Stand von Pascal. Super. Ja, wollte ich gerade fragen, aber du hast die Frage... Das ist schon sehr, sehr beantwortet. Ja, das ist schon mal gut. Ja. Freut mich zu hören, Heiko. So. Zack, zack, zack. Hast du PC mitgebracht? Ja. Ja, wie schön. Und gestern haben wir 16 Stunden gestreamt. Und heute... Insgesamt waren es 16 Stunden. Ich habe die Alarm-Party gemacht. Ja. Warum... Du musst arbeiten, du musst auch arbeiten. Ja, also ich bin heute um halb acht erst ins Bett gegangen. Und... Willst du, Jenny? So. Was habt ihr denn gespielt? Ja, allerlei. Command & Conquer, World of Warcraft. Ja, doch, jetzt bin ich ein bisschen traurig. Aber gut. Na, wieso schwingt der denn nicht so? Dann ist das. So. So, Glasfenster. Also, langsam nimmt mein Haus aber Gestalt an. So. Sehr, 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 sehr schön. Ich würde da denken, dass der Magen noch mehr gereizt wird. Ja, jetzt nur zwei Stücke, ähm... Kleine... Stücke... Größere von meinem kleinen Fingernagel. Aua. Dupdi-dupdi-dup. So, gleich bin ich soweit. So, jetzt... So, jetzt... Das, was er auch immer in der Küche macht, wenn er Fleisch abkriegt. Wo ist eine Quest? Warte mal. Der Koran. Schweinchen. Koppel. So. Guck mal, das sieht doch schon mal gut aus. Ich muss ja gleich fahren. Ja. So, guck mal. Das sieht doch schön aus. Ach, scheiße. Fackel falsch gesetzt. Ich werde die geradeaus gehen, aber die Quest noch nicht ab. Das ist die, die wir gestern noch angenommen hatten. Aus der Hütte. Ja, ging das kalt. Genau. Ach, schön. Warte, den Spieler buffen wir mal eben. Stufe des Ziels ist zu niedrig. Süß ist 16. Was ist das denn hier? Falsch gemacht? Ja, ich fand die Karte. Das Ziel ist zu niedrig. Leute. Peter. Pete? Hä? Was hab ich denn da jetzt gemacht? Da wird's hier die Löwen töten. Und wieder ab dem Bogen. Aber mit dem Löffel Biskuit reicht ja eine Packung, ne? Ja, ja, eine. Eine haben wir auch noch hier. Ja, weil bei Alka Schlima hat das Löffel Biskuit. Ja, beim Aldi waren da vier Pakete in einem. Ich hab das halt genommen, weil ich das hier schon mal geholt hatte. Da lang geht's. Ja, das hatten wir beim Aldi geholt. Es regnet mal wieder. In Minecraft. So. So viele schöne Glasscheiben. So viele schöne Glasscheiben. Was denn? So. Ich komm jetzt auch gleich. Ja, ja, keine Panik, Heiko. Auf was kann man ja hier noch was machen. Mhm. Kräuter. Pflanze. 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 Ja. Da bleibt mal kurz stehen Jenny. Ja. 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 So Volle Socke Ich weiß nicht, wie man den sonst macht. So Fortsetzen So Hier die Quest annehmen Das erklärt aber auch, warum ich gestern ein vorbeigelaufen bin. Hier siehst du aber trotzdem. Du kannst die halt nur nicht annehmen, da steht Dein Quest-Block ist vor. Nein, ich meine die zweite, die ich gerade angenommen habe. Darüber war kein Ausrufezeichen. Nichts. Deswegen bin ich da gestern ein Frans vorbeigelaufen. Auch gut. Hier müssen wir alle töten. So, das hat ja Gruppe gepasst. Wo ist denn dein Raptor? Ich kriege ja auch noch meine Buffs. So Ach du Scheiße, oh Falscher Schuss Nein, das ist in Ordnung. Die sind doch nur 14 und 15. Okay, da nehmt ihn. Eh Was ist denn? Nichts. Drin. So Das ist doch schön. Das ist doch sehr schön. Äh Vielleicht mache ich noch So Vielleicht mache ich noch ein paar Eimer Das ist doch sehr schön. So หม Da werden wieder alle Verwandten von meiner Milka abgeschlachtet. Das ist ja nicht schlimm. Ja, ich habe auch nur Milch und Saft. Ich will aber warme haben. Ist geflüchtet. Geflüchtet. Ist aber noch da. Ist es online. Oder COD ist wieder zu laut. So. Dupti-dupti-dei. Hinter dem Zelt sind noch zwei Pflanzen. Die hole ich mir. Scheiße. Wenn ich auf den Felsen komme. Hm, 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 hm. Mit denen kann ich mich tatsächlich noch skillen mit den Pflanzen. Dann soll ich dann auch mit meinem Tank reinkommen? Nein. Jetzt machen wir erstmal hier mit unserem Dreiergang-Kopi weiter. So. Ja, mit der Barbe. Die Feste haben wir schon erledigt. Dann nehme ich in Ruhe Steine. So. Mit dem Ullukan, genau. Die letzten, die wir jetzt hatten. Ah, okay. Ja. Muss noch das. So. Eieiei. Wobei das einen Mana-Trank, den behalte ich. Das war da, wo ich Paladin war, ne? Yes. Mit dem geilen langen Augenbrauen. Geilen langen Augenbrauen. Aber ich habe mir meine sexy rote Hose nicht mehr. Ja. Das ist ein Kleid. Okay, ich habe jetzt gewechselt. Ja. Ach Gott. HC. Nee, der Plecci hat gerade genießt. Ohne Entschuldigung. Ja, Tipsis Kopfschüttel hat mir übrigens geile Flecken auf dem Bildschirm hinterlassen. Nach dem Milch trinken gestern? Mhm. Nee, vorgestern war das nicht gestern. Vorgestern. Oh nein, ey. Treffen wir uns dann erst wieder Silbermund? Ja, ja, ja. Doch, Silbermund. Ich mach nur mal kurz außerhalb meine zweite Prüfung. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. mal rüber geholt habe und dann komme ich noch kann das ja auch nicht funktionieren so meine aufgabe ist aus dem spiel ich bin hier gerade alleine der hat noch das ausrufezeichen ja es kann ja sein dass eine aktion macht also irgendwas und eine sache die du macht das ist wie ja bei der mit den grubenratten wo wir da oben am zelt was ist für mich eigentlich die beste war es ist egal was für eine waffe ich nehme ja hauptsache da gibt es auch dann wechsel ich gleich auf den streitkoll attribute die auch die was bringen also stärke nicht so ich bin drin ich muss jetzt noch ach da bist du reiten lernen in ok reiten lernen die quest die habe ich jetzt noch nicht gekriegt ok alles gut dann gehe ich nach ich weiß gar nicht wo bist du bist du bist ja dann muss ich da ist kein problem da habe ich glaube ich gelernt jo jo also ich war beim druiden lehrer aber ich glaube jetzt nicht dass der wieder was hat ich moment 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 wo bis jetzt du bist du bist draußen so ok dann komme ich jetzt sicherlich geht das möglicherweise geht das das reit hier werde ich mir jetzt nicht kaufen aber ich meine ansonsten unterhalb von donnerfels in dem ich denke es geht jetzt gleich oder kriegt er das code da 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 kann er kaufen da ist er ehrfurcht ich brauche da ehrfurcht dann muss ich nach donnerfels nee den habe ich wo habe ich den denn silber mond ich bin im zeppelin der berlin ist unterwegs oder ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Vielen Dank. Sehr gut. Vielen Dank. Ich habe das auch so verstanden. Ich habe nicht laut genug gesprochen, dass ihr alles versteht. Nein, 10. Wir wollen aber alles hören. Ah, in Mulgo reiten lernen. Ah, jetzt habe ich sie. Ja, ja, aber das machen wir ja nicht. Wir machen jetzt erst mal Dings hier fertig. Das ist ja nicht mehr viel. Dann müssen wir ihn auch. Wir machen da weiter. Ja. Ja. Aber du hast wenigstens eine Bio-Wärmflasche. Ihr werdet jetzt vielleicht aufwärmer, wenn du dein Weihnachtsgeschenk mitgenommen hättest. Schuhe hat sie auch nicht an. Apropos... Soll ich die Schuhe anziehen? Ich habe kalte Füße. Hat noch irgendeiner von euch auf meinen Namen etwas bestellt? Irgendwas mit Stoff oder so? Stoff? Deinen Namen bestellt? Wie meinst du das? Über meinen Namen. Also meine Adresse. Mit meinem Namen. Da kann ich kein Stoff. Ich habe mich heute ein komisches Päckchen an. Oder hast du für den Papa was bestellt? Ich habe immer keine Versandbestätigung gekriegt. Weißt du noch, was das ist? Das Einzige, was dann jetzt noch fehlen würde, das sind die Töpfe. Nein, du hast doch für den Papa dieses Rückenteil für das Bett bestellt. Das sieht ganz anders aus. Ja, aber ist das nur ein Bezug gewesen oder das ganze Ding? Ja, Moment. Ich muss noch mal was verkaufen. So wie ich es verstanden habe, das ganze Ding. Den Bezug plus diesen Kern. Wenn das nur der Bezug ist. Oh, nee. Warte, ich mache mal kurz. Der Kind müsste sich einmal kurz aufstehen. Nö, nö. Ganz einfach nein. Ja, der hat mich auch gerade gebissen. Oh, okay. Und gefaut. Wie war das? Das ist ein Liebesbiss. Ah, da kommt die Nis an. Oh, wie groß ist es weg? War ich denn jemals weg? Ja. Nee, es war nicht weg. Jenny schwebt bei mir. Jenny ist ein Geist. Ja, die existiert eigentlich gar nicht. Es gibt gar keine Jenny eigentlich. Es gibt nur Benny. Benny Nummer zwei. Bierling. Bierling. Ich würde jetzt sagen, das ist das Kissenteil von Papa. So, Stern. Würde ich euch auch mal sagen. Sie aussehen mit Zug oder sowas. Ja, hast du gerade gesehen, das Foto? Mhm. Zusammengequetscht halt. Aber ich habe ansonsten... Nee. Jenny, du... Ich hätte dich ja gefragt, wenn ich über deinen Namen was bestellt hätte. Jenny, war auch noch da? Nö. Nö. Auch gut. Schatz, deine Sachen hatte ich noch verzaubert, ne? Ja. Aber wo ist das Spiel? Jetzt können wir uns umloggen. Ich habe mal ein Gasthaus. Dann gehen wir hier mit dir. Keiner hört? Jo, jo, jo. Wieder ausloggen. Das war nicht schlimm. Hela, Mimi. Ach ja, hier waren ja die kleinen Beutel. Er ist so groß. Die waren da auch nicht mehr. Ach, ach, auf jeden Fall. Ist das so still? Ist das so still? Ist das so still heute? Ich bin doch nicht still. Boah. So. Nö. Nö, 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 es ist nicht still. Ich bin noch müde und fertig. Äh, ja. Ich bin schon. Du musst es heute anfangen um vier. Jupp. Geil. Michael hat mir heute leid getan. Warum so viel? Nein, aber sie hat ja eigentlich mit der Kollegin getauscht, dass sie auf spät kommt. Und die ist krank und dann geht sie doch auf ihre Früh mit der kurzen Nacht. Ja, so kurz war die Nacht. Ah, ich wollte gerade sagen. Ja, aber warte mal, wann haben wir denn gestern noch geschrieben? Heißt doch nicht, dass sie dann da war, oder? Michaela hat mir gestern... Grobes Sprengpulver. Oder lagst du noch nicht im Bett? Nee, da lagst du noch nicht im Bett. Und dann schreibt sie mir, dass um drei Uhr der Wecker geht. Das sind weniger wie fünf Stunden. Er sagt jetzt. Ja. Was ist das denn? Nur noch. Jetzt noch Heiko. Das ist doch nicht schlimm. Ich bin doch froh, dass wir das spielen können. Ja. Ich brauche mich auf die Jäger. Aha. Dann packen wir die Batterie Schokolade aus. Aha. Noch eine Batterie. Noch eine. Noch eine. Das war doch Speck. Ach, der Schinken war nicht für euch. Die Schinken. Die Schinken im Mund. Die Stinken. Die Stinken. Die Stinken im Mund. Ach so, das war vollständig. Ist das sehr schön. So, was muss man denn machen? Boris. Ja, was denn? Man hört von dir nichts. Ja, wenn ich nichts sage, kann man von mir nichts hören. Wenn ich gar nicht mit dir handeln. Ja, weil ich gerade meine Leisten... Ach so. Die Leisten sind wieder weg. Ach so. Wie hattest du das denn bei mir letztes Mal gemacht, dass ich das dann wieder hatte? Du gehst unter Optionen. Aktionsleisten, den Haken raus, bei Aktionsleisten immer anzeigen, das ist das Letzte und wieder rein. Okay. Wir müssen aber den Aspekt des Falkens anmachen, ne? Hab ich. Der Einzige ist das. Ja, und Jenny hat das. Heiko hat das nicht und Boris hat das auch. Ja, weil ich gerade wegen der Leiste angucken war. Ja, aber du hast das ja. Heiko, immer noch nicht, das ist immer noch nicht. Ja. Der macht doch an. Aspekt des Fall... As... Moment. Ganz in Ruhe. Den kannst du noch anziehen. Aspekt des... Moment, Moment, Moment. Aspekt... Aspekt... Nee. Ich muss mich jetzt erst mal wieder umorientieren. Aspekt des Fallen, ja. Alles klar, danke. Jojo. So, Aspekt des Fallen, ja. Den Fall können. Ja, wir müssen aber noch mal kurz zu unserem Lehrer laufen. Wobei. So, hab ich. Da fehlen noch ein paar von den... Nein, nein, noch nicht. Nein. Genau. Wir sind doch hier noch so niedrig. Ach, Katze. Was ist denn los? So, wer ist jetzt noch mal Koch? Ich. Gut, dann hab ich was. Wieso krieg ich denn den scheiß Aspekt des Fallen nicht an? Aber drauf drücken. Ja, doch. Ich hab den da auch voll aus... ausgebaut und... Hä? Gibt's ja jetzt einen besonderen Trick. Aber drauf klicken eigentlich. Eigentlich nur drauf klicken und dann erscheint der oben. Mach ich doch. Mehr als drauf klicken kann ich nicht. Muss der da recht oben auftauchen eigentlich? Nee, das ist... Was ist das, was ist denn da raus? Rauschen, die Reisen sind das. Hä? Was ist das denn? Ja, Erfahrungsgewinnung 50 erhöht. Hä? Wieso krieg ich den denn nicht an? Ich drücke links, passiert nichts. Drücke rechts, passiert nichts. Also ich bin hier auf 95. Ich weiß es gerade nicht. Nee, 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 nee. Es geht dann mit denen, mit denen du nicht mehr es geht. Scharf Apfel. Kannst du den Aspekt des Affen anmachen? Habe ich den Wurmt? Ja, klar, du hast beide. Ach, da. Aber nee, den hab ich ja nicht mal... Und eine andere Frage. Brauchst du den Eindruck? Ja, geht ja. Aspekt des Affen klappt. Wir Kräuter gegarten... Wann doch auch klappen? Nee, weise. Nee. Wann doch den auch klappen? Kannst du behalten. Dann sagst du, aber das... Klappt irgendwie nicht. Warum auch immer. Kann alle ist da ein. Ist so. Ich meine, da sind doch fünf Skillpunkte drauf, aber... Da sind fünf. Da kann keine fünf drauf sein. Es kann nur einer drin sein. Na, fünf von fünf. Frank, fünf. Ich kann nicht sagen, was du machst. Du klickst natürlich auf den Talentbaum, ne? Ja. Ich muss den Rund ab. Nein, okay. P und da nicht geschafft. Und da steht Aspekt des Falken. Rang eins. Kannst du das Luchsfleisch benutzen, Denise? Nee. Da passiert auch nichts. Da steht nur Rang. Er hat jetzt Affen drin. Der hat ja angeklickt. Ja, der Affe ist an. Geht nicht. Warum auch immer. Was steht denn da? Was steht denn da? Moment, jetzt habe ich ihn gerade weggeklickt. Sind Aspekte des Falken oder Aspekte des Drachenfalken aktiv? Besteht bei einem normalen... Aber ich habe es doch gerade erzählt, Boris. Drück nach P. Das ist nicht die Idee. Du luchst NM. Ach, alles klar. Ich weiß nicht. Pille, Pille, Mann. Pille, Pille, Mann. Ja, okay. Und da ist das Falken. Warum sagst du das? Nicht gleich Pille, ich verstehe. Ah, na, 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 na. Ah, jetzt hat er den doch. Jetzt siehst du. Ja, ja, ja. So, dann kommen Sie mal zu uns. Wieso geht denn das nicht über den Scheißbaum? Ja, weil das nichts damit zu tun hat. Das ist doch krank. Das sind nur die Verbesserungen. Wo seid ihr? Wir sind beim Reitmeister. Beim Falkenmeister. Interess. Ah, okay. Das ist... Hast du den Punkt und den Konzentriertes Feuer? Zwei Stück drin? Wo? Konzentriertes Feuer? Konzentriertes Feuer. Mal gucken, ob ich überhaupt... So, gleich. Das ist zwei, ja. Gut. Nach dem Nachmittag, woher die nächsten reinkommen. Wozu noch? Ihr seid in Tristesse. Ja. Mein Schatz. Reicht noch Heiko. Auf andere Schieben kostet. Heiko, oder? Ja. Ja. Siehst du? Du musst nicht immer alles suchen. Doch. Das ist, was er sagt. Wieso das denn nicht? Ich auch nicht. Woller, woller, ey. Machst du doch auch. Nein. Doch, doch. Nein. Ich widerspreche ihm auch. Ja, aber nicht ruhig. Ja, aber nicht ruhig. Du tust zwar eine protestlute Anmerkung, aber letztendlich... Das ist ja ein großer Weg. Ja. Du sollst dann nicht abweißen. Oh, weiße Kopfhörer. Ja, ja. Es gibt Hirnfrost. Da hast du ins Eis. Ich glaube, dass du die Dings dazu nicht aufhattst. Weil die weiß ist, kann die Eis essen. Ich habe hier das mit diesem Fruchtglasur drauf mir genommen. Was mich nur wundert, ist, dass die Tipsi gerade nicht da ist. Weil die... Oh, Entschuldigung. Das war das nicht. Oh, es ist da. Jetzt ist die Tipsi sofort da, wenn die mitkriegt, dass ich aus dem Tiefkühler was rausgeholt habe. Wo ist denn Heiko in der Rand? Hier. Danke dir. Zum Entzaubern? Nein, kannst du anlegen. Ah, sehr schön. Danke. Wenn wir irgendwie Schlüssel sammeln oder so, können wir die da reinverschieben. Ja, genau. Sehr schön. Danke. Bitte. Kriegst du gelegentlich mal. Sind das die Schlüsse, die wir dann später brauchen, um die ganzen verschlossenen Truhen zu öffnen? Zum Beispiel. Brauchen wir die tatsächlich? Wir brauchen nur Beweglichkeit und Ausdauer, richtig? Ja, der Helikopter. Jojo, wir können... Nee, brauchen wir eh nicht so viel. Wie lang? Warum nicht? Ja, Michaela ist doch da. Ja, der Michaela darfst du gerne ausrichten, dass sie mich in Zukunft bitte nicht mehr ignorieren soll. Ach, das war... Ich hatte ja schon mal gesagt, wie du rufen musst. Frau Brauch. Richtig. Dann kommt es direkt voll aufmerksam. Keine Ahnung, wo die gewesen ist. Wann macht die Michaela ihre Pause? So wie Zeit ist. Oder gar nicht. Das weiß doch niemand. Die kam auf jeden Fall aus dem Raum links von der Türe raus. Ich glaube, das ist die, die zum Haus noch aufgeführt. Nee, zum Lager. Er ist auf jeden Fall da gerade rausgelaufen und wäre fast dem Koch... Nee, dem Metzger. Da waren wir bei Edeka kaum noch. Oh, knuspriges Spinnenbrein. Lecker. Das ist nicht neu. Die haben schon mal Küche da. Aber kein Koch, oder? Er hat nur einmal Wasser in der Hand gehabt. Michaela wollte gerade durch den Schwungfahrt... Der Koch kommt mit Wasser nach. Ich nehme ein paar Wasser. Ja, der hat da irgendwo Wasser eingeschüttet mit ordentlichem Schwung. Ja, und dann glaubst du, wenn sie die Zerschwung... ... was da laufen will, dass sie dann Zeit für dich hat. Ja. Richtig. Nein, dann hat es so mehr Schwung drin. Das ist eigentlich schwummerisch. Schwummwasser. Schwummwasser. Crowd! Ach ja, da war ja was. Komm, 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 komm. Nee, da lang. Ja, da war ja auch ein Fleisch gewesen. Ja, hier unten. Oh, Kampfschild. Ja. Ja, ich habe mich da nicht geprüft. Ja. 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 Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Boah, das gibt es nicht, jetzt nicht. Ich... E-Fa, guter Nachname. Stolz. Ob die jahre, Schürze stand kein Name drauf. Doch, die haben alle Namen drauf. Nein, die hatte diese Plakette nicht dran gehabt, beziehungsweise... Die haben alle. Erzähl doch nix. Okay. Wobei, bei dem Punkt, es ist vielleicht gleich Dachenschutz jetzt. Wir dürfen ihren Namen setzen. Damit die Beschwerden nicht mehr durchdrehen. Richtig. Damit die nicht mehr auf den Rezensionen in Google... Ja, muss man noch achten, denn die Namen von dem, von denen du bedient wurdest, stehen auch nicht mehr auf den Etiketten bei den Fleischsachen drauf. Boah, das kann ja nicht so ein Echt-Eing. Ohne Scherz jetzt. Moment. Ja, meine auch jetzt. Au! Sehr gut. Weiter, weiter. Dieser Kopf kommt aus. Hier war das Hauptsache Pfeil rein. Ich habe jetzt auch keine mehr. Ich warte das jetzt erst mal. Was? Wir müssen ja hier questen auch noch, ne? Ja, die Rückgrate. Das ist eigentlich geil. Wir machen alles schon mal rein. So, sammelt ihr erst mal. Ich komme dann gleich dran. So, echt. Boah, nee. Ich habe einen Schaden gekriegt. Was ist eigentlich dieser Zweifel? Das ist wahrscheinlich der Buchbalken. Oder beziehungsweise eine Energie. Ein Rückgrat habe ich wenigstens. Ach, scheiße. Hurtigkeitstrank. Hier ist ein Rezept drin. Wer ist... Das ist geil. Danke, Heiko, für die Info. Danke, Herr Lern. Hurtigkeit. Beding... Merci, Heiko. Vielen Dank. Gerne. Also, ich habe zwei von sechs. Zwei von sechs habe ich. Er wischt sich eine Katze an. Hier ist eine Katze. Was? Kacke. Mein Kacke-Inventar ist voll. Ja, selbst schuld. So, so. Jetzt noch kaufen können. Ich habe die Zeit gehabt. Meine ganze Tasche ist voll mit Leder. Ach so, ja, dann. Dann muss man brauchen. Hier ist noch ein Molo gleiche. Wer braucht? Ich. Also, ich bin froh, ich weiß, was aus dem Fokus aussieht. Ähm, ich habe es gar nicht fest gar nicht angenommen, oder? Mit den Rückgrädern? So. 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 Ich habe alle Rückgräder. Ich auch. Ich habe sie. Also, ich habe alle. Ja, ich brauche noch sechs Stück. Borel. Ach, du bist da hinten. Hier liegen ja noch drei gleich. Ich muss da bloß nochmal hinkommen. Ich bin noch im Weg. Yes. Hier liegen genug da hinten. Hier gibt es alles. Drei. Ich bin noch. Drei. Das ist eigentlich mega geil mit den ganzen Ziegern hier. Hat was. Ja, Moloch rechts. Eidildum, sabbe und trotz. Genau. Jupp, zwei noch. Ich habe Dynamit hergestellt für meine Ingenieurskunst. Deswegen habe ich auch die ganzen rauen Steine zu mir geschickt. Achtung, guck mal. Aua. Aua. Bitte nicht. Ija, 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 ija. Jetzt liegt alle Grappe. Gehe schon. War nur ein Auge drinnen. Ich lege hier im Wasser. Stirb! Boris! Achso, der hat den im Visier, den Murloc. Ja, mach ich. Defensiv. Ei, Didel, Dumm, Sabbe und Rotz. Aggressiv stehen? Okay, mit dem größten Vergnügen. Kabums, Kabam! Ah, Leinenstoff brauche ich, auch für meine Ingenieurskunst. So, einen Plan habe ich noch. Die haben ja einfach alle weg, ey. Jo. Jo, einen Plan habe ich schon. So. Die müssen wir haben. Jo, Leinenstoff. Pläne. Aber das Problem ist, wenn die anderen das angehoben haben, verschwinden die erstmal und müssen einen Augenblick warten, bis die wieder auftauchen. Ähm... Ja, ja, ja. Wer sammelt denn was? Warte! Oh, 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 oh. Dann komme ich jetzt vorbei. Äh, ich nehme auch Steine und die Juweliere. Frau Baumwolle. Was noch? Ähm, und Fleisch. Kannst du mir die Muscheln geben. Hast du bestimmt auch. Nee. Okay. Aber du kriegst hier die Knusperspinnen und so'n Scheiß. Ja, genau. Aber was heißt so'n Scheiß? Habe ich nicht viel. Na eins. Nee, fünf. Ja, was für ne wunderbare Musik. Ja, ja. Hör ich nicht. Ich hab die ausgestellt. Beziehungsweise minimal. Schnell nicht. Nee, ich hör sonst drum herum nix mehr. Dann hör ich euch nicht. Ach, die Sporn sind schon wieder neu. Mal schnell. Ah, den Plan, den können wir ja so nehmen, ne? Ja. Ja. Denise, kann ich dir was geben? Oh. Da greift irgendein Tierchen das an? Was greift das an? Mieze Katz greift zwei Druiden an. Hier unten. Kann ich hier das gehen? Wo sind nur die Spinnenbeine? Oh oh. Hier entkommen. Okay. Hast du Platz jetzt? Mieze Katz greift an. Jetzt entkommen. Okay. Mir fehlen wieder die Buffs. Welche Buffs? Na eine. Wir haben hier keine Jenny. Ach, das war eben die andere. So, ich hab dafür keinen Platz. Warum nicht? Ich hab dafür keinen Platz ab. Jetzt würde auf zu jammern. Was wird Sendungswerden? Fleisch. Fleisch. Also Spinnenbeinchen kannst du mir geben. Ja, den Plan. Ich? Hast du da schon was von in der Tasche? Lusran. Lusran. Boris, hast du den Plan hier oben genommen vom Tisch? Ja, hab ich. Okay. Ah, da ist noch ein Plan hier. Ja, gleich. Das während eines Kampfes ist nicht möglich. Arschlecken. Wo waren denn sonst noch im Plan? Da oben. Meine Fresse. Alter Vater, echt. Auf der Insel. Auf der Insel. Auf der Insel. Irgendwo verteilt. Genau. Braucht das denn einen Platz? Oder pro Plan einen Platz? Pro Plan einen. Ach Gott. Ich hab noch was aufnehmen. Ich hab noch was... So. Ich hab noch was Grünes. Brauchen wir die Moorlack-Augen? Dann kannst du halt die, glaube ich, wegschmeißen. Wer trägt den Stoff? Reiner. So, B. So. Ähm. Ach, Mann, ey. Kann ich die Muschelfleisch noch geben, Denise? Ja. Beziehungsweise die Muschel... Ah, so. Ich hab alle Pläne. Hast du den nicht aus Seelen gebunden, oder was war das? Wo bist du? Ich bin am Kämpfen, ich stehe im Zelt. Bitte. Mach auf. Mach auf. Ach da. Der hab ich jetzt nicht genommen. So, warte. Ich hab auch noch... Ach, weiß was du auch noch kriegst. Ja. Aha. So. Sehr schön. Da war auch gesichert. Muss ich hier noch eine... Um welche oben Leute umbringen, ja? Ja. Eigentlich nicht. Welche Pläne sammeln? Welche fehlt noch? Also, ich hab alle. Mir fehlt einer noch. Mir fehlen zwei noch. Hab alle Pläne. So. Das ist schon mal sehr gut. Ihr könnt dann looten. Und das, was ich brauche, das kann ich hier erfragen. Aua. Fuck you. Junge, Junge, Junge. Echt. Ah. Drei Zuschauer. So. Alter, wie... Alter, wie schnell spawnen die denn? Wer ist denn hier? Äh. Ja, ja. Hast du den schon? Vier. Hallo. Alles klar. Das müsste ich. Alle drei? Mhm. Ne, ein, zwei. Ein, zwei. Ich hab drei. Wahrscheinlich auf dem Schiff, oder? Die hab ich. Habt ihr die hier? Hier in dem Zelt, auf dem Tisch? Ich kippe. Den hab ich gerade genommen. Das müsste gleich wieder auftauchen. Wie heißt die Scheiß-Quest? Im besetzten Gebiet. Im besetzten Gebiet. Die müsste ich doch fertig haben. Fertig, fertig. Ne, da fehlt doch einer. Nachtelfenplan. Auskundschaften der Sinderei. Der fehlt noch. Wart denn der jetzt nochmal auf dem Schiff? Auf dem Schiff? Auf dem Schiff hat er, hat er was gesagt. Das ist einer hier. Was ist mit dem hier, der hier liegt? Der hier hier liegt? Hier, hier. Hier. Ich meine, den hab ich doch grad genommen. Weiß nicht, ob du den genommen hast. Ich guck nochmal kurz. Ja, den hattest du grad noch. Ja, der hier. So, dann gucken wir doch mal. Was heißt der da hinten? Irgendwo. Hier ist noch ein Plan. Also der da hinten, da wo ich mich da gerade eben so ganz fürchterlich bücken müsste. Jetzt hab ich alles. Welchen fehlt jetzt noch? Wie heißt der Name? Der Händelfenplan der Auskundschaften der Sinderei. Ja, der Name. Anderoth. 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 Guck einfach nochmal. Das ist halt nicht schlimm. Da kann man die Leute umsorgen. Ich komme eh gut. Dynamit wurde aufgeschmissen auf dem. Hier ist das. Hier ist das. Ich bin. Ich eile. Ja, der leuchtet hier. Oh, hupala. Nee, was? Quatsch. Das war das Falsche. Ich kann das noch nicht erstellen. Weil? Nicht hoch genug. Was tust du da oben? Oh, cool. Kann noch keiner wiederbeleben. Das ist egal. Ach, stirb doch, du Arschle. Ich muss mich erst mal umdenken. Vielen Dank. 35 Punkte fehlen mir noch für Pascal. Ich bin mir 35 Punkte fehlen. Nee, das ist doof, weil dann kriegen wir neue Klamotten. 35 Kraftpunkte heißt das. Kraftpunkte. So, ich habe hier noch irgendwas für... Ich habe noch Malachit für... Für mich nicht. Denise? Ja, ich stehe hier unten an der Brücke. Unterhalb des Schiffs. Dann gebe ich dir das mal eben kurz. Gesundheit. Das muss ich leicht machen, wenn ich ein paar Sachen verkauft habe. Handeln. So, dann haben wir das da. Und das gebe ich dir auch noch. Ist der Boris gerade gestorben? Ja. Wer sonst? Der... Den Fisch kann ich nicht mehr aufnehmen. Da habe ich keinen Platz für. Okay. Jo. Nee, war auch ein Fehlgeschlagen. Noch mal eben, Heiko. Mhm. Äh... Nee, wir stehen davor. Da kommt es. Da ist die oben drauf. So, ich gebe dir mal das Muschelfleisch. Und den Stein. Und den... Malachit. So, jetzt geht's. Was auch immer gab, das Problem war. Warte mal, ich gehe mal kurz. Der Boris geht wieder hoch. Ich bin hier auch oben. Ich habe den doch gerade eben eingesammelt. Das würde Plänchen hier. Jeder. Ich habe voll. So, jetzt geht's mal zurück. Ich bin schon mal bei dem Weg, freizukämpfen. Nieder mit den Elfen. Feuer links. Es geht um. So. Was mir schon aufgefallen ist, wenn du wirklich gar keinen Fall reinstehst, du kriegst ja noch nicht mal Punkte. Es geht ja nicht nur um den Lut. Stirb. Ja. Stirb. Wurm. Finn. Motherfucker. Stirb. Wurm. stirb unter den Krallen meiner Katze Ups, zweiten Platz Aber, das ist ja nicht so schlimm Der Rest ist herstellen Bearbeiten Ach, alles easy Erst einmal kurz abgeben gehen Alles easy Dann habe ich wieder mehr Platz Dann stelle ich eben ein paar Sachen her Alles gut Schwupp So, Kätzchen So, jetzt aber Wollt ihr das Muschelfleisch haben zum Essen? Was ich gerade gekocht habe Ausdauer, Willenskraft um vier erhöht Dann verkaufe ich die erst mal noch Ich muss es ja nur wissen Schönen Trank, den wir hier bekommen, die kann man verkaufen Meine Güte, jetzt laufe ich auch noch gegen den Baum Garstiger Baum So, Kleine Warte mal, Schönen Trank, du hast das gekocht, ne? Ja So Moment Er hatte eine Entzauberung gehabt Ich Entzaubert Ja, ich bin noch gar nicht hier Ich komme aber sofort mit ganz großen Schritten Hat noch jemand Leder oder so für mich? Nope Ne Was habe ich dir eben alles gegeben? Wer braucht Leinenstoff? Ich noch Wo ist das? So Leinenstoff Habe ich auch gebraucht für meine Ingenieurskunst? Ingenieure heißt das Ingenieure Ingenieurekunst Wer braucht Leinenstoff? Du? Nein Nein Also wenig, das reicht, was er aufsammelt Da Alles gut Alles gut So Schild 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 Und Ganz ehrlich, Boas, ich habe frei Ich füte dich Ah nein Inventar voll Moment Alles klar Warte mal Warte mal Warte mal Halt Ich habe einzigartige Daten Seid So Danke dir trotzdem Immer mehr Danke Danke Wir müssten gleich nochmal ein paar von den Fledermäusen besiegen Kein Problem Wir werden noch genug besiegen So Gleich kümmere ich mich mal richtig schön um meine ganzen Skills So Das kannst du haben Das kannst du haben Was brauchst du denn? Leder Lack Lack Läder Lack Läder Lack Lack habe ich auch Aber kein Leder Lack 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 warte halt ich hab noch so jetzt gerade so die irgendwo war jetzt noch eine quest so ich wollte jetzt gleich erst mal zu euch und dann so Hä, wo ist denn die Da ist die Quest Da kann der Brust direkt mal deinen Lehrer anquatschen Ah, da ist auch noch, da drin ist auch noch was Alles verbraten Alles zum Lehrer verkaufen Nein Was soll ich denn bitte? Level up Level up, ja Ich fliege jetzt gerade nach Silbermond Sehr gut Das da Danke Ah, ich wusste nicht, dass man das auch so machen kann Dass man die Skills da auch während des Flugs ändern kann Ich habe da den Flugpunkt in, nee, also den Gastwirt in Tristessa angerührt Sehr gut Ja, für den Flugpunkt Soll ich noch einen Kaffee machen? Ja, bitte Das ist leer, ne? Ja Ich mache dir noch einen Kaffee Bier? Nein Ich trinke höchstens Kaffee Ja Er hat doch schon extra, extra starken Licht Aber in Espresso ist doch gar nicht so viel Koffein Das stimmt Ist nicht so schlimm Oh Da ist nicht so viel Koffein drin So, wer ist das da? Kommt das Rinderfilet eigentlich bei euch auch in Tüten an? Karakal Pumba Dein Karakal Pumba steht da draußen Ja Erklär Ja 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 So So Nee, Moment Kampf Beruf Verzauberkunst Meine Güte Ja Aber wenn ich so ein Rinderfilet Wenn ich so ein Rinderfilet Wenn ich in der Teek oder so sehe Dann habe ich mit dem Grünbeut ganz lange Hä? Hä? Das ist ja dann durch den Sauerstoffentzug Wird das gleich eben wieder genommen Und dann mit Feuchtigkeit durchzogen Und dann Das geht auch wieder runter So Verzauberungskunst alter vater das ist einfach ja, natürlich, klar oder Schutzraum geile Idee so minus zwölf Bahnen Augenquillen heraum das geht ja gar nicht dann müsste die Kuh ja kochen ja, der Metzger auch der hat den Schutzanzug achso, der darf sich nur nicht ich stelle mir das gerade bildlich vor der Koch fällt in den Riesenpott und zerplatzt das war eine Flasche also gestern ist mir eine leere Dose runtergefallen das Poltern hat man immer wieder gehört das hat man doppelt gehört ja die Dose die gestern runtergelogen ist vom Heiko also ihr braucht Atme auch noch die Augen die Ängste und braucht ihr noch so so verzaubern entzaubern kann ich jetzt noch nicht wer zauber ich denn ja dann habe ich jetzt alles gelernt was ich brauche sehr gut Mungo und Raptor Stoß ok ich war jetzt gerade einmal Lehrer so wo geht es denn hier hin wo ist das man lernen und Schneiderei lernen wer kann Sachen dann zaubern ich Ich muss jetzt nur herausfinden, wie das funktioniert. So, ich muss jetzt nur mal eben kurz gucken, wie das mit dem Endzaubern geht. Ich muss jetzt nur mal eben kurz... So, nee, jetzt muss ich noch mal gucken. Ja, der bringt dir das ja bei. Scheiß die Wand an. Dann laufe ich noch mal vor die Stadt und höre ich noch da, ja? Stiefel, Wuchtel, ein Schuh, Kleid, Läden, Leidentasche, was hattet ihr denn davon? Ja, wenn das... Bitte, wer alt gibt das? Was ist das? Sechsplätze, keine Beruf. Beruf, ähm, Ingenieurskunst. Oh, 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 oh. Ah, da. Ich auch. Beziehungsweise, nee, zwei. Ich tausche dann endlich den Schöcherbeutel aus. Ich muss erstmal ein bisschen grubelnd fahren. Der muss beim Bedarf an der Handwerk... Ah. Der muss beim Bedarf an der Handwerk... Ah. Der muss beim Bedarf an der Handwerk... Der muss beim Bedarf an der Handwerk... ...... ... So... Ah, ja. Grobalfaden... 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 Grobifaden... Ja, grobifaden, welcher Sonn... Ja, sonst gibt's ja keine Ahnung. Leinentasche, erstellen. So, ihr wollt jeder eine oder wie viel? Ich brauche eine mehr. Ja, also ich... Also ich brauche den Köcher, den habe ich ja hier. Also drei bräuchte ich. Drei... Und was, Kölle? Eine. So, so was passiert. Eieieieiei. Hm? Ich muss mal gucken, wo ich noch... So. Na gut. So. Ich glaube, ein Eventar ist voll. Unverzehrte Kupferrute. Ah. Ja, wirklich. Jo. Das ist... Moment. Wird beim... Eine Frage... Ah. Moment. Anarchietringe. Ach, ich muss mir fragen. Ah, Moment. Ich... Oder braucht jemand noch welche? Ich habe da einen von dir. Ich habe eine Idee. Ich muss die ja noch herstellen. Ja, ja, ja. Ich konnte dich betrachten, alle anderen sind jetzt zu weit weg. Freude dich. Den hat es mir ja eben gegeben, die... Okay. So, Moment. Moment. Ich bin für meinen Beruf. Verzauberungskunst. Da muss ich nochmal gucken. Boah, das Kind geht mir aber auf den Nerven. Wird da immer bald. Hau es doch mal. Was? Hau es doch mal. Gerne. In der Gegend, Boris, auf die Nerven. Filetieren wir es. Filetieren wir es, genau. Weil das Menschenfleisch schmeckt wie Hähnchenfleisch. Wenn du das sagst. Oh, ich frage, wer weiß das. Ich habe noch keinen gegessen. Aber filetiert. Filetiert leider auch noch nicht. Leider. Ich werde mal drauf... Aha. Ja, es ist doch bestimmt interessant, die andere... Wie wir angeboten werden. Wird ja sonst immer angeboten. Ja. Ich bin mir gefallen, als ich den Preis von dem Fleisch aus dem Kaffee vorgesehen habe. Der war aber noch günstig. Das war ein günstiges Stück Rinderfilet. Was habt ihr denn für eins gesagt? Argentinisches Rinderfilet für... Was war das? 36 oder 37 Euro. So. Wie viele Lipps und dünn ist? Was? 4,5 oder... 6,7. So, geringe Magie-Essenz. Jetzt kann ich die Route herstellen. Jetzt kann ich die Route herstellen. Was heißt das denn, dieses 3,4? Das hat eigentlich mit dem Kaliber zu tun. Sehr schön. Ja, ich habe ganz ehrlich gedacht, das Rinderfilet, das, was ich jetzt als 3,4 hier habe, dachte ich immer, das wäre aus einer Kuh. Ist das ja eigentlich auch, ne? Ja, klar. Aber da habe ich unten gesehen, da gibt es noch größere Dinge, so richtige, ich glaube, 4,4 Kilo Lappen oder was hat er, 4,5 Kilo. Ja, es kommt ja auf die Rasse drauf an. So. Je größer die Rasse ist, desto größer auch das Filet. Das heißt, das argentinische Stück ist eigentlich ganz okay, denke ich mal, ne? Ja, das sind ja meistens die Black Angus, ne? Ist das hier eigentlich? Ja. Ja, 20%. Das hat doch große gelaufen, Gorilla-Fleisch. Muss draufstehen. Gorilla-Fleisch. Gorilla-Fleisch. Soll das denn draufstehen? Steht meistens auf dem Zettel drauf. Aber da ist nichts drauf. So. Ähm, Denise, kannst du mir das mal zeigen, wie das mit dem Entzaubern geht? Warte, ich komme rüber. So, ich habe jetzt hier die Kupferrute. Ja. Dann drück erst mal P. Öffne nochmal deinen Sleeber. Und zwar musst du hier auf allgemein und dann entzaubern. Kannst du dir rüberziehen. Ah, das ist, ah, das. Danke dir. Und dann kriegst du da drauf. Ah. Rechts. Und was willst du entzaubern? Den wegschneiden. Den. Und dann kriegst du das. Ah, sehr gut. Das ist schon nicht schwer. Danke dir. Aber ich habe immer gedacht, weißt du, das sieht mal so schön beim Metzger aus. Aber da ist die selber auch schon. Ja, natürlich. So, ui, 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 schön. Aber ich sage mal, für 6,20 Euro kannst du nicht meckern. Nö, komm mal. Das ist so. Juhu. Aber das ist halt. Da ist die Märchensteuer drauf, ne? Nee, das ist schon drauf, oder? Das war schon der Preis. Ja, ja. Juhu, ich weiß, wie man den zaubert. Nein, nein, wir haben extra schon den Bruttopreis geguckt. Ja, ja, ja. Ich weiß jetzt, wie man den zaubert. Das ist schon gerechnet. Das hat seine Wahl. Ja, ich habe gleich 34,37 Euro. Das war schon die Brutto. Ja, nein, nein, nein. So. Also, da muss ich sagen, wenn das vielleicht nicht schmeckt, dann muss ich noch mal so was holen. Ja, das ist ja viel. Nein, selbstverständlich. Also, das ist schon mal so schweig. Oder wichtig ist daran, weil es da auch keine 19 Prozent drauf sind. Erstmal ist es ja auch ein Großhändler. Normalerweise kommt er ja nicht hin zu kurz. Ja, das haben wir ja gesehen. Ja. Ja. Ja, ich weiß. Ah, Moment. Jetzt fehlt noch der Jäger. Genau. Also, normalerweise sollte es ja nicht so sein. Ich weiß. Ja. Aber da irgendwann mal kam, war es ja in Mode, das haben die dann ja irgendwo an jeden da verschenkt. Ja, wenn sie Werbung dafür machen, dass du auch Freunde und Familienmitglieder eine Vollmacht geben kannst, ist doch klar, dass dann alle kommen. Ach so, das darfst du nicht. Weil ja, also im Handelshof darfst du es nicht. Nee, weil wir sind ja gestern da gewesen, die Jenny hat über ihre Firma einen Benefit fünf Prozent gehabt. Nein, das fand ich noch Benefit gewesen. Nein, aber du hast eine Vergünstigung gekriegt, die du sonst nicht kriegen würdest. Ja. So, und dann sind wir da hingegangen, weil Papa ist ja da Kunde. Papa ist extra noch hingefahren, weil er ja noch die uralte Fekro-Karte hatte, nicht sehr groß. Hat die dann umgetauscht und dann sind wir da hin und den halt vorgelegt, damit wir dann halt auch so damit einkaufen gehen können. Da guckt die uns erstmal total bescheuert an. Ja. Was legen wir denn da gerade vor? Geht die erstmal zum Kollegen und fragt, ob die das überhaupt so anmeldet. Die fünf Prozent, die die Geld betrifft. Ah, Moment. War aber dann halt nicht, ob Jenny übertragbar ist, sondern Jenny musste sich jetzt da quasi anmelden. So eine Klasse. Jäger. So, ich bin ja dann quasi für die Unternehmer. Ja. Ja, aber im Endeffekt. Du bist ja nur Arbeitnehmer. Du bist ja nicht kein Unternehmer wie der Papa in dem Sinne. Mit eigenem Bewerbe. Ja, und jetzt habe ich eine Vollmacht über Jennys Karte. Ich habe jetzt eine eigene Karte. Ich kann da jetzt einkaufen. Aber hat dann vorher aber noch gesagt, nee, sie stellen nicht so viele Karten aus. Weil ich dann von Papa halt die Vollmacht haben wollte. Ja. Die Frau war irgendwie verteilt. Die war verteilt, ja. Und sagte dann noch, eigentlich dürfte Denise und Jenny Jenny da einkaufen? Weil sie hat keine Vollmacht über die Karte von ihrem Vater. Da wollte sie irgendwie eine Vollmacht ausstellen und dann ist sie dann irgendwie, nein, brauche ich nicht, weil Jenny ist ja bei der Firma und bla bla bla. Also hat sie die Karte ausgestellt für Jenny? Und dann habe ich dann gefragt, ja, eigentlich ist sie jetzt trotzdem die Vollmacht beantragen, damit ich mit Jennys Karte einkaufen kann. Ja, so habe ich das auch. Pascal, könntest du bitte mal kurz kommen? Ich stehe hier gerade mit vor dem Jäger, Ausbilder und so, was soll ich jetzt nehmen? Ich habe einen... Mungo bis Raptor Stoß. Mungo bis... Und Raptor Stoß. Und Raptor Stoß. Alles andere brauchst du nicht. Alles klar. Danke dir. Sehr gut, den kann ich gerade nicht machen. Den beiden. Ja, du brauchst Geld. Vielleicht leid dir einer, vielleicht mal Geld. Du hast zu weit weg. Heiko steht doch da. Wie groß ist denn der? Äh, ha, 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 Moment, das kostet mir Spaß hier. 16 und 16. Also sprich 32. Jo, gebe ich dir. Moment, dann mache ich das eben kurz. Ähm, handeln. So, 32 brauchst du. Hier sind noch zwei Kupfer. Oh, le, oh, le, oh, le, oh, le. Ich fühle mal wieder ein Tristessa, ne? Ja, ich komme jetzt nach, ich gehe nur zur Bank. Oh, kann der Riss. Einlagern und dann kommt. Danke, Heiko. Hat er nicht gehört? Gerne. Hat er doch gehört. Hat er doch gehört. So, ich schicke dann gleich noch mal Geld rüber. Aber jetzt machen wir sicherlich erst mal weiter, ne? Ja. Wenn ihr bei euren Sachen guckt, bei Hände. Ach, wo ist denn der Heiko? Ja. Ja, hier. Die Hände sind nicht weg, du hast ja noch Taschen. Ach ja, stimmt, stimmt, Entschuldigung. Hat er irgendeiner besser als 41? Wo bist du denn? Hier, ich komme mir gerade wieder auf dich zu. So, ich renne. Heiko, wie sieht das bei dir aus, bei deinen Klamotten mit den Händen? Hast du da besser als 41 Rüstung? Moment, ich muss mal eben kurz gucken. 21. 21 Rüstung habe ich. So. So, hier bin ich. Hops. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Du wolltest wie viel? Drei. 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 Ich war theoretisch doch beim Koch war ich schon. Ich konnte ja nichts anderes. Ich bin gleich. So. Ich muss noch mal gleich kurz zur Bank laufen. Kurz zur Bank? Kurz. So. Also ich habe jetzt noch vier Taschen hier. Ja. Wenn wir gleich ein Tristteil-Dings sind. Wie heißt das? Geistlande. 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 Ja. 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 So. Sehr schön. Sehr schön. Das. Oh. Verdammt. Ja. Es ist auch zwei Beweglichkeiten drauf. So. Das ist gut. Das ist gut. Dann jetzt noch mal zur Bank. Ein paar Sachen einlagern. Vielen Dank. Vielen Dank. Da ist die Bank. Da ist die Bank. Da ist die Bank. Ja, ja. Kaffee? Alles gut. Alles gut. Alles gut. Wir sind... So. Der Kaffee. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ich bin jetzt unterwegs zu euch. Ich auch. Ich auch, ich auch, ich auch. Das ist doch schön hier. So, einen verkackten Schädel von einem der Untoten haben wir ja schon. Lusran. Lusran. War das, ne? Oder... Nee, Foulbein war das. Foulbein haben wir. Warte. Warte, wir standen da jetzt. Das wird interessant. Warte, wir standen da jetzt. Das wird interessant. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Nee, der hat heute Geburtstag. So. So, ich flieg schon mal nach Tristessa. Ja. Nein, das ist der beste Freund von Papa. Ja, er hat mir aber was erzählt gehabt, dass er eigentlich gar nicht mehr feiern möchte den Geburtstag. Wer, der Jürgen? Er hat halt gesagt, er will das halt nicht. Er will keinen Geburtstag mehr feiern. Ja, er ist zu alt geworden. Ich weiß nicht, der ist bestimmt auch im Papas Alter, oder? Der Jürgen ist so alt geworden. Das macht man ja nicht mehr. Da geht eine Trauerfeier, je älter man wird. Warte mal. Hm. Je mal älter wird, ist kein Grund zum Feiern. Er hat immer zu traurig sein. Er hat auf jeden Fall gesagt, dieses Jahr will er halt nicht feiern. Boris, der ist so alt wie du. Drei Jahre jünger wie Papa. Das war furchtbar. Das war das. Ich muss auch nicht mehr feiern. Nur trauern. Ah. Oh, oh, oh. Jo, danke. Ich danke dir. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Jürgen damals mit der Elke zusammen war. Mit unserer Elke. So. Töten. Töten. Wie weit seid ihr? Merci. Danke dir. Jo. Töten will ich. Du schwebst in der Luft. Jo. 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 Danke dir. Ja. Jo. 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 Die Todesschneise, die Todesschneise, wenn man da stirbt, dann ist das scheiße. 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 Weiß ich nicht. Noch ein Weilchen. Töten. So. So, biefi, 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 biefi. So, ich bin da. Drei, bitte. Zwei. Prost. Ja, Prost. Ich hatte ja schon mal eine Tapisierer-Tasche bekommen und habe dann direkt die Munitionstasche ausgetauscht. So. Ich habe noch eine. So, 2292 Pfeiler. Ja, das ist ja. Das ist ja du. So, seid ihr alle mit Taschen versorgt? Ja, wir sind auf Heiko. Heiko hat schon. Achso, okay. Wir haben heute die beiden Blauen gesehen, die uns aus der Arena geworfen. Gesehen? Ja, gesehen. Die beiden Jungs. Wie? Was meinst du mit gesehen? Wie? Was meinst du mit gesehen? Mit eigenen Augen. Gesehen? Was meinst du mit gesehen? Gesehen? Ich hätte ja gesagt, dass du die Arena meinst. Gesehen. In den Arena. In den Arena gesehen. Ich habe sie gesehen, die Jungs. Welche denn? Blaue. Ja, wie heißen die? Äh, du musst du mich eher nachher fragen. Ja, da ist die auch so super von drin. Was? Da ist die auch so super von drin. Ja, ja, ist sie ja. Jedes Mal mit Fragen. Ich habe Ruhe, glaube ich. Dabei war es gelbe. Ist so. Kannst du auch? Hast du Kupfing im Tanschen? Nein, warte. Und sie hat gestern mit roten gesprochen. Ne, mit gelben gesprochen. Ja. Das hat sie mir erzählt. Ja. Die immer Blau waren. Genau. Sie meinte irgendwas von Hexenjagd und ganz böse. Ja, aber wie soll das denn gewesen sein? Ja. Der hätte mich mal doziert. Ja, das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Weil ich war nicht dabei. Garmer. Garmer kann raus. Wieso würde der den Gegenstand nicht haben? Kannst du zerschrotten. Weil der nicht verkaufen kann, den Ranzen. Ach so. Ja. Wie schmeiße ich den raus? Gern. Das können wir gerne machen. Weil wir keinen Heiler oder so haben. Genau. Wichtig ist, dass hier auf jeden Fall nicht das Aggressivstehen zuerst. Doch. Sie ist fehlgeschlagen, weil die nicht dann... Ach so. Nee. Vielleicht können wir den Dungeon gar nicht so machen. Müssen wir gemeinsam vor Ort reingehen? Shit, weil wir keinen Tank haben, glaube ich. Wir haben doch einen. Nein. Hier sind wir alle gleich. Alles schlafen. Wir können sich den Tank auswählen. Nein. Wieso? Komm mal. Komm mal. Eure Klasse kann diese Rolle nicht einnehmen. Ich kann nur Schaden machen. Ja, ich weiß. Dann geht das nicht. Das heißt, es ist ein Fair. Wir müssen uns hin teleportieren in den Dungeon. Das ist aber doof. Ja, gut. Dann müssen wir weiterkästen erst mal. Jo. Okay. Wohin? Na gut. Dann ist das in den Dungeon. Erledigt. Aber das heißt nicht erledigt. Eigentlich müsste man gucken, ob man noch einen Tank machen kann oder einen Heiler reinholt. Heiler wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Mhm. Ja, dann können wir halt mit dem Account oder mit der Figur halt keine Dungeon-Zeit machen. Kann man ja schon. Oder einzeln. Wir müssen halt immer in den Dungeon-Zeit reinlaufen. Das ist halt das Dobe. Ja, dann muss man dann immer halt ein bisschen laufen und so. Da kann man jetzt raus. Wer ist denn hier der kleine Weihnachtsmann? Das ist doch Jenny. Nein. Ich aber auch. Ich bin auch einer. Du bist auch einer. Mhm. Ich darf wieder hinten dran. Ich bin der Schlusswicht. Nee. Ich bin der Schlusswicht. Nee. Ich bin hinter dir. Ach, die Yamane ist da. Ganz weit hinter euch. Ganz weit hinter uns. Er guckt doch mal auf die Karte. Hinter euch. Das hier bin ich. Ach so, das bist du. Na ja, gut. Mungo. 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 Mungo Schuss ist cool. Wann muss man den eigentlich in welcher Reihen würde den jetzt einsetzen? Das ist falsch für den Nahkampf. Ah, okay. Hier waren wir doch schon tausendmal. Ja, wir müssen jetzt über die Brücke. Also hier waren wir noch nicht. Die Level sind so nah. Das waren wir hier noch nicht. Nein. Die Arme haben wir noch nicht gemacht. Jetzt verwechselst du die Accounts. Nein, ich hab schon die Herzen. Die Herzen liegt auch vorne an. Oder kann man die auch so sammeln? Die kannst du auch so sammeln. Im vorderen Bereich gab es die auch schon. Darf ich auf Akku stellen? Ich hab auf Akku. Okay. Ich habe kein Ziel. Bergbau 65. Nein. Fünf Level fehlen mir. 14. Wir können die Türchen gerade umhauen. Kann man den Staub sammeln oder so? Ist mir egal, was wir machen. Ja, dann lassen wir den ersten Staub zusammen. Ja. Na, Lusran fehlt noch. Faulbein haben wir ja. р Wins still menor. Die Mother Fucker! Die Mother Fucker! Die Mother Fucker! Stirb Wurm! Genau! Stirb, untoter, faulender Wurm. Hey! Dreh dich! Dreh dich, Dreh dich Rädchen! Brummkreisel Boris! Pascal! Boris, der Brummkreisel! Ja, der Brummkreisel! Der Brummkreisel Boris! Der Drehrum-Bumm-Boris! Ja... Dreh-Bumm-Bumm! Ja... Der Brumm... Der Brumm... Die Motherfucker! Der Tierkopf ist alle auf der reine Tierchen. Ja. Jo. Doch, doch, doch. Mann, Mann, Mann. Höh. Was ist denn? Oh, Jojo. Da, die Denise, die muss aber reichlich federn lassen gerade. Der Ding wird auch nicht auf. Kommt noch der Ding. Sterbt. Sterbt ihr unfähigen Würmer. So, ich habe weder noch, aber ich lasse euch erst mal looten. Ich auch. Das ist ja kein Problem. Erst mal die, die immer sofort looten müssen und dann machen wir den Rest. Die droppen aber auch finde ich schlecht. Das hat damit zu tun, weil man normalerweise den Ruf erhöhst. So, und den Ruf, damit ich da einfach ganz schnell hochgelabelt ist, haben die das so gemacht. Damit ich nur kann, ich kann hier entsprechend Sachen kaufen, meinen Händlern. So. Da kommt der Fette gleich. Ja gut, ich muss jetzt erst mal bei meiner tanken. Meiner tanken? Für was? Mein Balken ist leer. Aha. Da kommt der doch doch. Oh, der kommt so nach angerannt. Wo? Jo? Von wo? Da vorne. Die fette Sau da vorne. Ach, da. Okay. Sehr gut. Dann hoffe ich, dass dein Tigerchen da die Akku aufhält. Die Motherfucker. Tod dem Lusran. Feuer. Links. Um. Um. Bam. Da oben. Da kommt er drin. Ja. Jo. Ja. Ja. Level up. Level up. Ika au. Ich habe da auch keinen Kopf bekommen, ist das denn? Oh, da kommt es da rein. Da muss es rein. Die Quest ist quasi vorbei, ne? Ja. Nehmen wir mal jetzt gleich hier rüber. Ja, hier kommen wir ja immer wieder durch. Ja, ja. Meine ist bei mir. Ah, Wirbelknochenstaub. Ah, faulendes Herz. Das ist eine hohe Bedrohung, sagt er zu mir. So, wo lang? Lang, lang. Wenn ihr vibriert. So, hier lang, hier lang. Müssen wir immer dieses komische Blut und Scheiß sammeln, ja, ne? Aber davon habe ich gar nichts. Danke. Danke. Der hat mich aber nicht gebufft. Der, 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 das ist eigentlich für hier vierchen. Meins nicht. Meins läuft bei Fuß. Moment, 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 Moment. Ich muss mal im Kut. Warum nicht? Warum nicht? Weil das Spiel nicht Pause zulässt. Halt, 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 halt. Ja, sag, was spielt das? Ja, ja, ja. Quiz annehmen. So, Quiz annehmen. Ach, du Scheiße. Lässt das Tier nicht zur Attacke, ist das richtig Kacke? Nein, ich habe den gerade zu früh auf Agro gestellt. Der wollte nach hinten wieder laufen. Ach so, ach so. Deswegen, halt. Das ging nicht, ich habe die Druck, das ist ja meine Katze. Boah, das gibt es auch nicht echt. Ich hoffe, ich habe ihn zu sammeln, nicht. Ja. Hallo. Ach du Kacke. Warte mal. Oh Gott. Jo. Oh kack, die Wand an. Macht der Pizze sauber. Weil es seine Bestimmung ist. Genau. So. Oh, dann. Oh, dann. Oh, dann. Oh, dann. Das ist wunderbar, schön, echt. Oh, das tut weh. Oh, Schlechtes. Was, meine Katze ist tot? Nein, Schlechtes, du hättest dich von der Gruppe entfernt. Nein, ich bin nicht weitergelaufen. Warum hat er sich da angegriffen? Hä? Ich bin die ganze Zeit da im Nest geblieben. Das war was für Sie. Ja, weil da ein zweites noch kam und meine Katze nicht bei mir war. Das ist schlecht gewesen. Nein, nein. Ich habe meine Katze verloren. Ich habe meine Katze verloren. Kommt ihr eine neue? Daher, Motherfucker. Stirbwurm. Ach, nee, 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 nee. Ich. Warum? 23 Minuten geht in Welt auf. Die ganze Zeit drauf gewesen oder was? Wer ist hier nochmal Schmied? Beziehungsweise mit Kupfererz und Zug? Ich. Ich, 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 ich. Okay. Warum? Dann habe ich was für dich. Ich muss erstmal zu meiner Leiche. I.A. Postet. Ist er grün? Verzaubert werden, ja. Entzaubert werden. Darf ich dir das eben geben? Was denn? Nein. Rauer Stein. Ach so, ja. Ja, kannst du. Niemals. Niemals. Oh Gott. Wo sind denn die? Wir sind in der Höhle. Ich komme sofort. Ich habe gedacht, wir warten auf die Nähe. Ja, das ist egal. Ist doch dabei, oder nicht? Jetzt da. So. Der ist ja eh nicht so groß, dass das. Danke. Ich habe direkt auf neue Vieh geschoben. Sehr schön. So, was habe ich denn jetzt hier? Ah. Geringe Magie-Essay. Ey. Bis sechs. Oh, scheiße. Ach du Scheiße. Scheiße. Scheiße, die Wand an. Mach der Pizze sauber. Genau. Weil es eine schöne Bestimmung ist. Hm? Ach, da seid ihr langgegangen. Ja. Ich habe beide alle. So, mir fehlen noch. Ich habe kein Ziel. So, mir fehlen noch vier. Hier ist noch Erz. Ja, das kann ich nicht abbauen. Alles gut. Tod den Knollenfeuer links um. Noch mehr Leinstoff. Schlimm, schlimm, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Oh, ich habe gelootet. Toll. Oh, hast du einen gekriegt? Ja, ich habe einen einmal gelootet. Sehr gut. Das ist ja Hammer. Ja, ich habe jetzt alle. Ich habe jetzt alles. Ja, schön. So, drei von sechs. So, ich... So, der Bifi-Injektor. Leinstoff. Boah, ey. Hm? Jo? Ja? Muss dann auch mal gucken, was ich dann auch noch für diese Kack-Ingenieurskunst brauche. Jo, das stimmt. Ach, ich habe einen Ohrmann gekriegt. Aber aus Stoff. Ja, brauche ich nicht. Umhänge gibt es immer aus Stoff. Ist er immer aus Stoff? Ja. Gibt es keine Kette oder sowas. So, ich hätte gehört, dass wenigstens jeder gibt. Umhänge gibt es nicht. Ja, der heißt so. Aber in sich haben wir sonst immer... Stoff. Da steht aber auch kein Schmeck. Umhänge. Da steht gar nichts. So. Umhänge sind... Eins... Ach Gott, ey. Das ist kein Umhänge. Ich habe den Kack-Ingenieur gekriegt, für die Brust. Stopp. Die steht nämlich nicht. Kack, die Wand an. Ah, hier ist alles. Ach du, lieber Himmel. Ich habe das aus Kack-Ingenieur gekriegt. Ja, ich habe das aus Kack-Ingenieur gekriegt. Der Bifi-Injektor braucht Hilfe. Ja, wir sind ja unterwegs. So, wir kommen. Worauf ist der Dreh rum? Der Runde. Oh. Jetzt habe ich alle. So, kann nicht entzaubert werden. Ja, das kann entzaubert werden. Yeah. Ja. So. Ist noch irgendwo was Grünes. Ja, das war die Ratte. Giftratte. Oh, da glitzert noch was. Was müssen wir hier noch alles sammeln hier? Gar nichts mehr. Jetzt müssen wir nur die Gargoyle sammeln. Gargoyle. Nur dieses komische Grubenlicht. Herz. Ja, das musst du noch. Und was noch? Und was noch? Aber jetzt gehen wir hier zu den Gargoyle. Gargoyle. Das war jetzt noch hier oben, ne? Jetzt wieder auf Agro stellen. Äh, warte, 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 warte. Ah, hallo? Oh, Junge. Geht hier hoch, passt gleich? Ja. Ja, aber ich muss mal kurz vorgucken. Ich hab, glaube ich, komplett mit einem Winter oder? Hast du eventuell Leder oder sowas zu mir geben? Äh, hallo? So, eine geisterhafte Substanz habe ich schon mal. So, hui, Gesundheit. Mies, Boris, mies. Ich kann die leider nicht kirschen. Ich habe mich gerade gefreut, dass ich hier ganz viel Ledern könnte. Oh, echt? Wir müssen ja eh gleich die Bombasar umbringen. Kommt ja gleich nochmal eine Quest dafür. Wie krabbelt das heute die ganzen Tag hier im Haus? Wann? Äh, kurz bevor wir aufgestanden sind eigentlich. Scheppmann? Ja, ja. Das hat sich angehört, als ob einer die Treppe runtergeflogen wäre. Keine Ahnung. Oh ja, das habe ich auch gehört. Was auch immer das war. Habt ihr es gehört? Ich muss es leider wegschubsen. Ja. Das war ein Weg. Ja. Ja. Das Ding ist ausgerottet. Das ist die Stadt. Äh, doch nicht. Das ist eins. Äh, das ist noch eins. Nein, das ist schon. Wir müssen hier gerade. So. Eine geisterhafte Substanz brauche ich noch. Das reicht jetzt. So. Wie viele brauchst du noch, Jenny? Äh. Geisterhafte Substanzen. Mir fehlt, glaube ich, jetzt nur noch die, äh, Gartenfragmente und drei Stück. Dann können wir runter. So. Ach du Kacke. Faulbein. Äh. Oh Gott, oh Gott. Wo ist Faulbein? Komm, komm, komm. Tod dem Faulbeinfeuer. F 빠르� Reserve zurück. Sei es da. Jo, 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 Jo. Ja. Katzen mögen Fettsack Foulbein verschlingen. Die habe ich ausgerottet. Oh, ich habe einen Räubern. Das kann ich ja entzaubern. Das mache ich dann auch mal sofort. Yay! Hurra! 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 Hurra. Oh, der Boris hat einen Fluch drauf. Einen Fluch hat der Boris. Boris, 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 ja, so. Looten. Looten. Autsch. Looten. Oh, was ist das denn? So, Boris, geisterhafte Substanz, hier glitzert nichts mehr. Ja, so. Das ist aber schlechter, als was ich trage. 0,1% schlechter, äh, Schaden. 0,4. Kann aber verzaubert werden. So. Ja, das stimmt. Ach so. Akku. Oh, warte mal kurz. So. Warte, ich probiere. Ach, sag mal. So. Sehr schön. Ich müsste aber gleich erst mal ein paar Sachen verkaufen gehen. So. Wir machen ja noch einen Runde um die Heinis. Hm? Da machen wir ja eh nicht mehr hin. Na, Gott sei Dank. Na, Gott sei Dank. So, ich brauche noch ein, 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 Lyro, Lyro, Scheiße, da. Gargoyle. Lyro, Gargoyle. Ich bin ja gerade mit dir hier rumgelaufen. Sehr gut. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. So, Pascal, gib mir mal deine Armschiene ganz kurz. Ja, Moment. Hab alles. Auch die Geister. So. So, Moment. Da ist der Bifi-Injektor. Oh. Ja. 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 Ah ja. Ah ja. So sah es aus von mir. Ah ja. Ah ja. Ah, die. Ja, ich wollte deine verzaubern. Ja, das... Doch, doch. Doch, doch. Jetzt habe ich da gekriegt. So, dann äh... Jetzt erst mal hier, schwache Gesundheit. Warte, ja, gerne, ich muss auch immer erst mal gucken. Moment, da muss ich, ich hatte das jetzt erst, ich habe jetzt erst mal noch, ich muss jetzt erst noch mal ganz kurz was entzaubern, dann kann ich das ja machen. So, 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 jetzt was noch was, so, alles gut, da oben ist das Schwert. So, liebe Jenny, jetzt könnte sie. So, und jetzt hier. Ah, danke. So. So, danke dir. Dann mache ich das jetzt sofort. Ach du Scheiße. Sterbt! Sterbt, ihr untoten Geister! Ja. Achtung. Ja, tschüss. Das stimmt, weil die Halskette sind, pass auf. Ne. Und? Ne. Nope. Das wäre so typisch gewesen eigentlich. Also irgendwo, die Halskette hier drin sein gleich wieder, ne? Mhm. Ich auch. Ich auch, jawohl. Also, ich muss auch annehmen. Ja, ja. Aufnehmen, annehmen. Ich habe mein Inventar ist da vor. Ja, das war klar. Aber auch noch annehmen. So, ah ja. Doch, dann schmeißen wir irgendwas raus, das passiert raus. Sterbt! Sterbt, ihr unwürdigen Kreaturen, sterbt! Ja, genau. Ja, genau. Du musst auch annehmen, ne? Eine Quest. Oh, ein Jagdrundschild. Sofort entzaubern. Achso. Ja, ja. So, vier von acht. Achso. Cool, 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 cool. Das mit dem Entzaubern geht doch schon ganz gut. So. Wie viel Injektor? Oh Gott, ist das tief da unten. Jetzt bloß nicht runterfallen. Ich bin gerade am Kämpfen. Das ist deswegen. Oh, sagt nichts. Schaffst du hin, Boris, du musst durch den Turm rein. Da bin ich doch schon gewesen. Durch den Turm, auf die andere Seite. Da war ich doch. Ja, und dann links hin. Rechts runter. Links, hast du gesagt. Hab ich gerade verbessert. Ach, rechts. Das wird zu rechts. Sterbt. Oh. Ja, ihr müsst doch bitte nochmal nach oben kommen. Wir sind gerade zu viel. Okay. Ja, Moment. Ihr habt einfach vorbei, so wie ich. Oh, ich sehe es. Oh, kacke. Scheiße. Ei, 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 ei. Oh. Zwei sind tot. Du hast jetzt gerade gesagt, freut mich. So, der Löhne. Ich glaube, hier ist noch einer. Wartet. Er ist schon hochgerannt. Ach, komm, Mann, ey. Ach, komm, leck mich doch. Jetzt hau doch ab, du Kotze. Ich werde hier gerade angegriffen. Au, 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 au. Ei, 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 ei. Hui,ui,ui. Alter Vater. So. So. Das ist dann für die Katzen im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sind tot. Sie sind gestorben hier? Der Boris ist eine Ebene tiefer gestorben. Die Geister, nein, kommen mit. Ähm. Die Geister kommen. Wohin? Ihr Kinder, nein, kommen mit. Ihr Geister, nein, kommen mit. Ja. Wie ist denn nochmal die Quest mit der Kette? Ja, als Kette Lady wahrscheinlich. Ach, ja, jetzt geht die, okay, habe ich fertig. Ebenso. Jo, die muss dann jetzt auch in Unterstadt abgegeben werden dann. Ihr könnt, ihr müsst ja noch was tun, dann können wir wieder benehmen, dann Schüsse machen, ne? Ich bin jetzt da, ich hab... Wo ist das noch ein Unterlauf? An der Quest-Länder. Äh, ja. Äh, so scheiße. Also, ich hab jetzt hier keine Quest mehr. Ja, ich hab mal den Weg zu beischießen hier. So. Ich weiß nicht, wir hatten den Zaubern von Heiko. Hm. So, nehm ich auch so, nehm ich sofort auf. Ich, ähm... Ach, komm, Mann. Ach, komm. Wir müssen doch einfach aufhören, du musst doch nicht kämpfen, denn... Die Türchen macht das schon. Na? Ah, sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, jetzt können wir ja eigentlich den Ruhrstein nehmen, ne? Ist nicht lang. Hat der Boris denn die Aufgabe auch fertig? Ja. Denk ich mal. Nein, Entschuldigung. Ja, hat er alles gekriegt, glaube ich. Wollt ich nicht, hab ich die Aufgabe fertig? Wie heißt sie nochmal? Windläuferdorf. Ne, ich bin schon nicht Windläuferdorf. Wer ist jetzt hier? Die Heilskette der... So, B. Und das Windläuferdorf. Äh, ja. Ja, hab ich schon fertig. Jetzt geht's ans. Bestabgeben. Nein, er ist noch verkaufen. Verkaufen. Ja, sonst können wir nicht neues annehmen. Ja. Das ist aber wahr. Rödel nicht. So. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Ach, das ist kalt. Ja. Immer drauf. Ach, Quatsch. Immer, immer, immer. Bleib wachsam. Immer, immer, immer. So, boah, so viele. So viele. So viele Quests, die wir abgeben müssen. Ui, ui, ui. Sehr gut. Ja. So, alles ganz in Ruhe. So, alles ganz in Ruhe. Was hat das denn jetzt? Bevel up. Roller, roller. Level up. Dickes Fell. Zwei von drei. Level up. Jawohl. Was benötigt ihr? So, Belohnung werden. Sorry. So, Moment. Irgendwo war jetzt noch... Ah, hier war die Quest. So. Da vorne ist das. Da vorne ist die Quest. Arkanisten-Dolch. Da unten noch einer. So, ich bin auch level up. G-G-Z. So. Irgendwo... Ach, da war noch eine Quest. Da hinten, die ich abgeben muss. Was verlangt ihr vom Tod? So. So, Intelligenz brauche ich. Nein. Ausdauer. Das Töterband. Ich habe jetzt alles, soweit es geht, abgegeben. Sind ja Boogies. So. So. So, ist hier irgendwo noch eine Quest. Gesundheit. Wenn man da ist. Danke. 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 Ach ja, für Denise und Bo... Ähm, für Boris und... Nee, 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 also für die Jenny und für den Boris. Jenny, Jenny, Boris. Sorry. Kleiner Versprecher. So. Kleiner Versprecher. So. So, wo mussten wir es jetzt reindrücken? Was ist denn? Die Level ab. Ich habe noch zwei Talente. Die K-Sell. Ich bin von den K-Sell. Zweimal. Ja. So, kleinen Moment. Ich habe jetzt ja auch noch das. Offen. Alle in die K-Sell rein. Unser T-Sell. So. So. Die K-Sell. Die K-Sell. Die K-Sell. Nee, ich bin jetzt raus. Lass uns mal kurz die drei Tiger noch dünnen. Wen willst du tüten? Die drei Tiger. Ja. Die unten. Die unten. Da kann man sich zwei K-Sell geben. Okay. So. Ja, ja. Ja, ja. Wir kommen. Müsste dann aber auch mal so langsam. Aber gut. Ah. Agro, Agro, Agro. Natürlich Agro. Das steht schon die ganze Zeit. Jo. Dauer, Agro. Ja, Tobi, wie soll ich das denn angreifen? Das ist doch eine Spinne. Kann man auch angreifen. So. So. Yo, yo. Müssen wir den noch looten? Nee, ne? Der Boris hat sich gerade einen abgeschlossen. So. Luten? Ja, ja. Jenny looten. Ist ja eh Essen drin. Ist ja eh Essen drin. Ist ja auch. Müssen wir looten? Wir nicht. Jenny muss ja gut. Jenny braucht Essen. So. Die Knusperkost. Was brauchst du? Ein Luchs? Jetzt nicht mehr. Warum kann ich mit meinem Bogen nicht mehr schießen? Das ist doch ein scharfer Fall. Hast du das dann nach unten noch drinnen reingezogen? Gibt nichts zu angreifen? Mal C. Was ist das denn? Was ist das denn? Habe ich irgen gekriegt? Nee, verstehe ich nicht. Mach du noch mal raus. Ich würde mal rechts klicken auf die Munition. Habe ich denn da gerade gekriegt? Jetzt ganz wieder. Okay. Warten war da jetzt nichts drin. Ja. Halko, das ist für dich zum Entzaubern. Jo, jo. Nein, kannst du ein Schild hatten nehmen, Jenny? Möge ich denn die zwei Köpfe zum Abgeben? Ja, aber ich trage doch auch die Zweihändiger ab. Ja, kannst du so noch machen? Kannst du so noch oder so machen? Kannst du selber entscheiden, was du kriegst. Ja, aber ich trage nämlich, äh... Ich kann nicht so oder so. Ja, du kannst selber entscheiden, wenn ich so trinne. Zwei haben, wenn du möchtest. Oder was auch immer. Das spielt keine Rolle. Das ist ein Jäger. Da, wo man weiß, dass die absoluten Schilder drauf sind. Eigentlich eher die Schwerter. Ja, da habe ich Beweglichkeit und Willenskraft drauf. Und hier ist auch noch eine, die wir annehmen können. Wo stehst du gerade, Schatz? Da. Litten Platz. Zwei Minuten, bis der Raid aufgeht. Auch sie hat es gerade gemacht. Wo können wir hier die Quest abgeben? Im Turm. Im Turm? Ja, hier sind zwei Quests. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Ach, schon wieder Level Up. Ist doch fürcht. Echt? Nein, nein, nein. Schön wär's. Ja. So. Angenommen, abgegeben. Ich hab jetzt elf Stück. Ich hab jetzt... Ja. Die brauchen auch elf. Ja. Wieso hab ich ein zwölf? So zwölf. Ich auch, aber das ist nicht so tragisch. Frau Kofan. Das heißt, ihr habt irgendwas nicht abgegeben. Ja. Ähm. So, der Überträger der Seuche. Geisterklauenluchs ist auch fertig. Ja, die können wir auch abgeben, aber ich bin wundern, dass der Boris dann eine mehr hat. Antellas. Überträger der Seuche hat der Boris. Abgeschlossen. Ja. Ich auch. Und dann hab ich noch... Oh, scheiße. Ich hab' ich noch gesagt, er soll ich schon abgegeben. Ja, hab' ich schon gesagt. Abgeschlossen. So. Kähnlischkopf. Den brauchen wir noch als Gruppe. Ich kann irgendwie nicht mehr. So. Ja. Ernsthaft? Ernsthaft. So. Können wir auch mal eben die Anfänger in die Ecke abgeben. Aber nicht auf Akku stehen, einfach nur durchlaufen abgeben. Ah nein. Echt, einfach so? Ich mag dich gar nicht so. Ganz lieb. Du möchtest machen Akku. Wenn du möchtest, dann machen Akku. Ja. So kann ich ein bisschen kirschnern. Ja. Endlich. Äh. Ist das ja kirschnern. Guck dir runter. Ist dann auch runter. Ja, geht ja. Ich dachte, wir gehen den Weg jetzt zum... Zermatschen. Zermatschen. Ich hab' gedacht, wir gehen jetzt zum Equestrat. Ja, mach' man auch. Geht immer ein bisschen. Geht viel schöner, wenn wir hier anfangen. Ich bin mit meinem rausgeflogen. Ach, da. Ja, hat sich beim Kämpfen... Oder warte mal, jetzt kommt er wieder rein. Boah, den Krieg auch. Nee, jetzt bin ich hier drin. Ich hab' den Anität gehabt. Da, ich seh' dich, Pascal. Ja, hinten sind zwei weichige Gliedermausflüge für dich. Habe kein Ziel. Da liegen beide. Wohin denn? Da liegen nur beide. Jenny. Da, wo er gerade herkommt. Baum, 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 Baum. Ah, da vorne. Die Pläne nach Antellas auch? Ja, ja. Ach, das ist jetzt wieder eine Quest, da müssen wir warten. Geht doch ganz schnell. Wer bringt denn da was mit? Nein, nein, das ist nicht immer so. Okay. Kein Lot. Nein. Gut, das war's. Ja. Ja. Können wir machen. Wer fällt ein? Hä? Dieses komische Zeichen daneben, oder was? Ja, ja. Ist aber nicht bei jedem, oder? Nein, nein. Das ist aber beim Pascal. Ja, der war groß auch. Ja, mir auch. Ja, warum auch immer? Ach ja. Keine Ahnung. Das hat nichts Böses gemacht. Sicher? Ja. Wir sind Überleichen. Überleichen. Überleichen? Überleichen. Überstock und Überstein. Überleichen muss das sein. Auf jeden Fall sind wir in einer anderen Farbe dargestellt. Ja, das ist halt die, ähm, das Wappen der Horde. Für die Horde. Für die Horde. Für die Horde. Ach ja, deine, ähm, dein Tierchen ist jetzt auch, ähm, grün. Ein hellgrün. Hat den PvP-Schimmel drauf. Genau. So, geben wir die Quest mal ab, wa? Ja, auch. Stirb. Warum? So, ich hab mich auch jetzt auch ein bisschen mit, ähm, Quellwasser eingedeckt. Gut, gut. Für den Manna-Haushalt. Manna, Manna, Manna. So. Manna, Manna. Oh, da macht man die Tücher hier. Manna, Manna. Manna, Manna. So, Tierchen haben Level Up. Ui. Hier liegt doch, wat? Ja, das macht ja nicht. Ja, ich bin doch noch gar nicht da gewesen. Iii, Pascal schimmelt. Er ist grün. War grün. Schimmel, 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 schimmel. Schimmel, schimmel, schimmel. Hinter den Ohren. Das wäre diebstach. Hinter Bonen in die Ohren. So. Schimmel, 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 schimmel. Schimmel, schimmel. Schimmel, schimmel. Schimmel, schimmel. Schimmel, schimmel. Ach Mann. Irgendeine Wand gelaufen. Also hier kann ich nichts ergeben. Was wäre er bei solchen Steps schon abgeben? Da gebietet er solche Einhalt. Und an der VW-Sepse kann man annehmen. So. Oben können wir noch ein Abgeben. Ehre, den Zinduray. Können wir nicht abgeben. Der Tag der Abrichtung. So. Ach. Kann man noch was? Heine, Heine. Heine hier quatschen. Wer beschießt mich denn da? Das Feuer. Hier, die Enklave der Weltmannere. Annehmen und abgeben. Vorus. Was? Darüber. Ach du Kacke. Oben drüber. Ich bin noch krass. Ach, da, da. Ach, falsche Seite. Ei, Dideldum. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Für den Sonnenbrunnen. Hat der ja gerade. Der Tod. Mhm. 3,50 Euro. Ach du Scheiße. Was? Scheiße, wo? Bin kurz runtergefallen, aber das war nicht so tief. Ist ja nicht schlimm. Ich bin runtergesprungen, weil man auch nicht lieb. Also ich habe jetzt 14, äh, weißt du, ja? Ich schaue. Ich auch. Auch machst du 15. Weil er grundsätzlich eins mehr hat wie hier. Weißt du doch. Ja, weil er jetzt Gebiet, äh, Gebieter der... Der Gebieter? Ich bin noch nicht. Jetzt muss sein. 15. Ja. Was glaube ich hier? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Nein, ich habe tatsächlich rufen. Ich auch, aber das ist nicht so schlimm. So, Moment. Reise nach Unterstedt habe ich noch fertig. Oh, doch. Windläufer, es gibt 1875. Ist egal. So. No, no. No. Bin ich raus? Wo ist denn, Moritz? Warte, Moritz, ich will dir noch was geben. Wer muss noch... Wessen Armschiene muss ich noch verzaubern? Nein, meine. Dann mache ich das mal. Warte, ich habe noch mal was mit dem Kuh. Warte, kurz. Können Sie mal was entzaubern? Danke, das mache ich dann mal eben kurz. So, und jetzt kann ich... Und jetzt kann ich Denise Armschiene verzaubern. Soll ich mal runterkommen? Ja. Ach, ich komme dir entgegen. Nein, komm mal runter, Moritz. Ja, Moment. Komm runter. Ich musste auf halbem Weg stehen bleiben. Ich fange die Schabernit auf. Was war denn das für eine Ruhe? Das ist ein Rezept, kannst du lernen. Nein. Wo ist der Jenny? Unten bei der großen Feuerschale auch. Hier sind so viele große Feuerschale. 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 So, ja. Alles klar. Dann muss ich mal eben kurz jetzt das... Ich nicht, ich bin dazu gezwungen worden. Richtig. So, verzaubern. Ich würde eigentlich harzen. Harzen. Gut, gut. Machst du mir bitte noch einen Kaffee? Ja, ich muss ja gleich. Wohin? Nach Hause. Jenny, kannst du mit Luchsstek noch skillen? Aber machen wir alles ganz leger. So. Also sind alle versorgt mit Verzauberung? Da gebe ich dir dann, wenn du es brauchst. Dann tue ich es bei mir so lange ins Lager. Oder soll ich dir jetzt geben? Mir ist es egal. Mir auch. Mir auch. So. Bifi-Injektor betrachten. So. Betrachten. Gehen wir anderen dann auch raus? Oder wie machen wir das schon? Hier ist noch Energy. Ah, danke schön. Bei den Jägern auf jeden Fall. Ja. Dann gehe ich jetzt raus. Ja. So, Boris fehlt ja noch mit dem Verzaubern. Habe ich gerade gesehen. Ja, ich bin zwar nicht ganz draußen, aber... Ach so. So, Handel dann noch mal kurz mit mir. Kommst du gleich mit zum Gerichten essen? Ja, habe ich schon mit dir geklärt. Ja. Ja. Nimmst du dann das Kräuterlimit? So, Handeln. So, Boris. Die Armschienen. Jetzt müssen wir die Pilze nicht heute schon fertig machen, damit die einbogen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Kann ich machen. So, die Armschienen. Geht da ein Pilzer? Ja. Die Kräuter. Und das Fleisch. Das Fleisch. Also komme ich als erstes zu euch? Ja. Und den Käse. Und den Käse, ja. Stufe 30. Verzauberungskunst. Ja, würde ich sagen. Nice, nice, nice. Ich würde nicht sagen, ich mache mich schon mal fertig. Ich muss mich ja noch basieren. So. Alles gut. Aus. So, dann machen wir das so. Morgen spielen wir weiter mit den Jägern. Am besten um alle zu. Bis hier in 20 Uhr, ne Boris? Äh, ja. Eigentlich schon. Ja, natürlich. Natürlich machen wir das. So. Oh. Genau. Benni, ne Lahnparty. Ne, mein PC schleppe ich nicht rüber. Der war zu schwer. So, Intermission. Ja, liebe Leute. Liebe Leute, ihr habt es gehört, da man noch etwas erledigen muss. Und sicherlich meinen Weg jetzt nach Hause führt. Jetzt gleich. So ist es. Werden wir, auf jeden Fall, wird es jetzt erstmal mit dem Stream zu Ende sein. Es war eine sehr nette Zeit. Und sechzehn. Aber ich bin ja noch weiter, wenn du zu Hause bist. Mhm. Mit Benni und das Jenny. Genau. Sag mal, das Benni und das Jenny nachher. Das Jenny. Nein, das Benni und das Jenny. Benni, das Jenny. Mit David ja nachher weitergespielt. Und, äh. Gefällt mir, ja. Ja, wobei meine Müdigkeit doch jetzt schon echt voranschreitet. Nun, ähm, aber sei es wie es sei. Gucken wir mal. Ich kann nur so fit sein. Mhm. Gut, okay. Dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ich mache mich jetzt auf die Socken. Und der Stream ist jetzt erstmal zu Ende. Gleich gibt es vielleicht noch einen kleinen Stream. Und, aber jetzt wird erstmal eingepackt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski.